weil hätte ich gar nicht mehr Max so Freunde wir bedanken uns für ihre kleine Unterbrechung bis gleich ist gerade Aufnahmestopp so ich wollte nur sagen ich habe jetzt 50 Kohle durch diese eine Ader ich gucke mal ob aus dem Eier ein Huhn kommt das wäre sehr schön ich bin eine Spinne aus meinen ganzen Eiern ist kein Huhn geworden ist traurig 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 sagte er und danach lag er im Grab so ich habe jetzt übrigens 1 der Kohle das heißt wir können uns jetzt langsam auf die Höhle der Kundung aufmachen okay dann let's go ganz kurz im Moment ich baue jetzt ganz ruhig ich bin gerade an der letzten Stelle von ich habe jetzt zwei Adern im Prinzip Moment wir müssen aber ganz kurz noch baue du noch ein bisschen Holz ab dann können wir uns noch ganz kurz Fackeln machen dann geht's los ah hör auf hör auf das ist der Sinn zur Konzierung so wir sind auch noch lauter Setzlinge ah ja bevor es los geht ich lasse noch mal alles kurz oben bei mir ja so mit dem Kackstift habe ich ja alles markiert schwarze Schaufel und eine Spitzhacke man kann ich kaum hören Max mach mal lauter du könntest mir auch mal jedem noch ne äh noch einen schwarzen Spitzhacke und ne Schaufel bauen dankeschön ja hast du genügend Holz ich habe genügend Stein ich habe kein Holz ja dann musst du ganz kurz Holz machen weil oder zumindest für uns für Holz sorgen weil ohne Spaß ich na gut ich könnte jetzt noch ruhig hier unten ganz kurz Holz abbauen aber das dauert halt noch ein bisschen länger ich muss erst mal hier mein Glasdinger verdienen was solls haben wir noch mal 15 Minuten verbracht mit der Vorbereitung für die Höhle ja das ist doch Beste ja Beste danach nehmen wir gleich das nächste Spiel auf was nehmen wir dann auf keine Ahnung müssen wir uns noch was einfallen lassen was haben wir so schönes wir müssen mal irgend wie heißt das äh dieses eine Spiel was ja dieses Autorennspiel Trackmania ja genau Trackmania müssen wir mal aufnehmen finde ich auch gut habe ich mit Alex auch schon mal Livestream gemacht öfters na wie viele Zuschauer hattest du? 50 immer so ohaa so viele ohaa schön tschüss wenn ich ein Breakforce Livestream mache habe ich bestimmt mehr bloß du machst keinen Livestream weil es deine Internetverbindung nicht hergibt ach leider das ist kein nur ich aber ja wir können dann nachher gleich Trackmania zocken wenn du Lust hast nein das muss ich erst noch mal im Computer installieren und alles da bin ich viel zu voll für ich installiere das immer gleich nachdem ich mein PC neu gemacht habe weil dann weil du brauchst ja echt für The Evil Within nochmal einen komplett eigenen Rechner ne ich habe bloß mehr oder weniger zu guten PC dafür what das Problem ist dass diese äh dass die äh normalen äh Desktop Prozessoren haben äh eine eingebaute Grafikeinheit und die braucht das Spiel zum Rendern aber die Server Prozessoren haben das nicht ich bin kein Technikfreak Max ich hab grad kein Wort verstanden das heißt da ist wie eine Mini Grafikkarte eingebaut in Prozessoren hat meiner nicht ah weil Prozessor zu gut und so gute Prozessoren brauchen etwas nicht so das war meine Erklärung dazu ja so ich bin dann auf dem Weg zu dir nach oben es ist Nacht nach der Nacht würde ich sagen machen wir uns dann mal auf in die Höhle ja oder wir machen uns gleich in der Nacht auf in die Höhle äh bin ich blöde da sind ja noch mehr Mops da nö es beeinflusst die Höhle nicht scheiße na gut da im Moment der Mond ist gerade aufgegangen ich komme bin so gut wie oben ich bräuchte bloß noch was zu essen äh das damit kann ich glaube ich nicht dienen dann muss ich mir was besorgen ich renne mal kurz vor dir weg mach geil mach nur so das ist das weil sonst bringst du mich wahrscheinlich noch um während ich auf meiner Brücke als ob ich dich umbringe ich hab bloß noch ein paar Herzen deshalb man darf auf meiner Brücke nicht nach unten springen auf der Treppe was echt jetzt hätte ich gar nicht gedacht ich hab bloß noch zweieinhalb Herzen aber ein Schwein hab ich pass auf wir nehmen ich lass mal alles da bis auf eine Spitzhacke und eine Crafting und so ein Crafting Table was ich hab Granit ok ich hab doch eine angeschlagene Steinspitzhacke ich hab zweieinhalb Herzen und drei Keulen ok jetzt muss ich den ganzen Weg ich brauch aber auch ganz dringend was zu essen ich kann nicht mehr rennen ok obwohl ich eigentlich rennen müsste tja jetzt ist schlecht so war weißt du noch ein eineinhalb Keulen ich muss mir ganz schnell was braten weil sonst ist es schlecht bist du noch da ja gut hätte sich gerade so eingehört als wärst du nicht mehr da bin ich gut so äh irgendwas wollte ich machen so war mit zwei vierundsechziger Steakfackeln ich denke das reicht ich brauche mir mal noch eine Spitzhacke da haben wir kein Holz mehr ne mhm keine Ahnung äh doch Holz haben wir genügend hier Moment find ich gut ja Moment also hier hier hab ich sie gerade hingeschmissen aber ich hab halt nur Steine haben wir auch genug dann müssen wir jetzt mal ganz kurz was ich craft uns mal ganz kurz ein paar Sachen ich mach ich mach ähm ja genug Spitzhacken und sollten auch ein Crafting Table mal noch mitnehmen na ja den habe ich crafting table habe ich allererstes brauchen wir auf jeden Fall eine Eisenspitzhacke noch eine zweite Schaufel ne nicht noch Schaufel schwarz bitte die Fackeln hast du dann so dann brauche ich Schaufel brauchen wir nicht ne dann ist das einfach noch brauchst jetzt ein Schwert vorsichtshalber würde ich schon mal eine Schaufel mitnehmen ach als ob die hast du dann kein Huhn so bevor es los geht ich brauche noch ganz kurz meine letzte Steinspitzhack hier zu Bruch da fehlt nämlich nicht mehr viel im Keller ach ja hast du denn irgendwas zu essen ich bin so kurz vorm krepieren einfach nur nein ich hab nichts mehr ja das ist schlecht muss ich selber essen ja lecker jetzt müssen wir uns gegenseitig essen ich verabscheue Kannibalismus darüber könnten wir doch mal auf jeden Fall nom 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 so was gerade höchstens mal bis sie vorbeiler und vorbeiler steckigen Aschbock angeknabbert ich esse dich mit meinem Löffel der Aussicht wie Schauer okay jetzt ist weg nom 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 ja leg dich doch ins Bett wir können bloß nicht beide in einem Bett schlafen ach doch wir sind jetzt so eine homo-ehr weißt du das will ich auch gar nicht so ich habe jetzt alles also das ist auch ein sehr häufig gewünschtes Thema dass wir naja homo-ehr machen über Laktoseintoleranz sprechen what eh nicht ey also du weißt was Laktoseintoleranz gemeint ist ne insider von Alex und mir aber oh Junge ey ne mal im Ernst ey ist aber mal ohne Witz und im vollen Ernst und ohne Spaß ja ja wenn wir nicht bald irgendwelche Tiere finden die wir schlachten können für unsere Ration sehe ich eigentlich schwarz wir sollten Weizen anbauen mhm I'm the lord of the weed pass mal auf so da komm dann auf in Höhle na wir brauchen noch ein bisschen Essen sonst geht's nicht weil ich habe gerade null Keulen und die Hälfte Leben kannst du nicht ein bisschen Zombiefleisch oder sowas essen na ich habe ja nicht mal Zombiefleisch ich habe gar nichts erstmal gezielt von der Treppe springen da unten sehe ich ein Schwein siehst du das auch das Schwein ja MC Schwein zwei Späne ich sehe nur eins und das hole ich mir jetzt jedes zweite hole ich mir ja aber drei Zombies da gut von mir aus habe ich ein bisschen Rottenfleisch hä was boah weil zu geleckt habe ich jetzt nur noch ein halb her ein Herz ich habe auch nur noch drei Herzen ja ich habe anderthalb weiß wer anderthalb Britta anderthalb Herzen nein nein der Creeper mag mich zu sehr das ist so logisch ey das ist einfach so es ist so lachhaft einfach nur weil es so leck bin ich gestorben ey tja schlecht doch jetzt ich kann so kurz meine Sachen einsammeln bevor die die Sport das ist schlecht weil ich werde gerade von einem Skelett angegriffen ist egal hol sie dir einfach nur du musst dann sterben wir aber beide ne wenn du stirbst ich bin ja fast wieder da du musst die Sachen nur ganz nur so lange behalten bis ich wieder da bin ta 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 jetzt bin tot ne boah gott die mich der Server wieder ankotzt ey weißt jetzt haben wir schon wieder nix die Todesfolge ja es ist schon mal ne geiles Season an einem die mich das Skelett noch eben weggepacht ich glaube wir sollten dann nach zwei Stunden Aufnahme mal ne Aufnahmepause machen sonst wären wir hier nur total bezogen es ist wir gehen zuerst nur in die Höhle und außerdem brauche ich noch meine Sachen zurück ja natürlich zuerst Höhle, aber ne, sonst werden wir irgendwann beide bekloppt auch als ob Minecraft kann man so lange aufnehmen wie du willst das ist schon nicht durch aber irgendwann werden wir total Alter Alter, 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 Alter das ist so lachhaft einfach nur was hast du gemacht hast du wieder mal meine Brücke nein nein aber der Creeper ist ungefähr 10 Blatt hinter mir in die Luft gegangen ich hatte auf einmal ein halbes Herz da habe ich der Creeper noch im Sprung weggebankt da bin ich gleich in meinen Todraum mit reingeflogen das stimmt ist, ich kann nicht mal die ganzen Sachen aufnehmen oh ja, jetzt leckt der scheiß MC-Server wieder im Prinzip sterben tue ich sowieso nicht du kannst sagen, was du willst ich bin schwul was? du hast gesagt, du kannst sagen, was du willst ich bin schwul ey, weil wir stehen die ganzen Spastis auf der Stelle einfach rum solange diese Information richtig ist stört sie mich nicht oh nein und jump down, mein Freund wir müssen, einer vor allem jetzt habe ich alles hart erarbeitet jetzt spawnen die Sachen schon wieder, ey das ist so lachhaft ja, ich glaube mit Höhle gehen wird heute nichts mehr so richtig Verbindung unterbrochen, International Exception hast du beendet? nö ich bin rausgeflogen gg alle unsere Sachen hey lol was? genau mir gegenüber steht ein Spieler, der heißt Gameplayer 3050 und du bist grad geläftet wieder schon wieder? ja boah, wie ich solche Sachen in der Aufnahme einfach hasse, ey voll Hase jetzt ist es, jetzt bin ich auch wieder drinne bei mir noch nicht und unsere ganzen Sachen ich bin drinne und unsere ganzen Sachen sind einfach wieder die Spawn wir hatten 64 Fackeln, ey waaah Zombie Action Höhle Skelett Tschüss Zombies ich möchte euch nicht sehen, ihr seid hässlich Warte, wenigstens die Fackeln, nur die Fackeln Skedit, ok ich habe jetzt wenigstens ein paar Fackeln gerettet, 64 Stück und Granit Hi Creeper Hi Creeper ok, ich habe, ich habe ein Creeper erledigt ja, kann sogar sein, dass ich auch den Großteil meiner Sachen einsammeln kann Hi Creeper ja, nein, 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 oh bitte, hier ist ein, hier ist ein Skelett, ey, ich bin zu kurz vorbei ich habe ein Herz ein Herz, das Ding macht mich one shot jetzt weg Alter ich muss ganz kurz was fressen, scheiß drauf ein bisschen verrottetes Fleisch hat noch keinem geschadet ich glaube, langsam werden wir beide irgendwie ein bisschen paranoid, oder? was heißt der paranoid? ich habe einfach und ich habe einfach schon gesagt, dass ich so viele Sachen einsammeln kann, ich habe auch noch ein Herz